Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge 20 wird fünfte, denn ich spiele das. Wir befinden uns hier auf der Strecke Kinzig-Thaiwan-Frankfurt-Volda und haben heute die Aufgabe, diesen RE55 an diesem frühen Morgen zu fahren. Und zwar ist es eine ganz besondere Folge, weil es gibt einen neuen Soundmod für die BR146 und ich würde sagen, wir starten. Und zwar hört ihr das hier schon, hört sich richtig gut an. Wir machen die Richtung, schaut dann nach vorne, öffnen die Türen. Zugbeleuchtung ein. Dann machen wir hier mal Licht, damit wir auch was sehen. Genau, das ist auf ein. Wir machen die Zug-Sicherungssysteme ein. Den auf jeden Fall erst mal auf weiß. Die Zug-Sicherungssysteme. So, ich würde sagen, dann sind wir soweit. Können die AFB noch einstellen. Das machen wir hier. AFB, AFB, AFB. Das Ganze auf 40. Übrigens kommt das Mod, oder das Mod, der Mod von dem lieben Bahn-Fusch-Hochschule. Genau, der ist dafür verantwortlich. Falls ihr euch das fragt, woher das kommt. So. So, wir sollen noch bis 6.2 warten. Das tun wir natürlich. Und da kommt gleich der große Moment, der Ausfahrt. Also, wir haben die Aufgabe, diesen Zug bis nach Frankfurt am Main-Hop-Bahn zu fahren, wo wir um 6.23 Uhr schon sind. Also, wie gesagt, das ist eine kurze Fahrt, um euch das Ganze vorzustellen. Wir befinden uns aktuell in Hanau, müsste das eigentlich sein. Hier ist nicht alles täuscht. Das sind hier kein Schild. Wir sind doch der Hanau. Ja, sag ich doch. Also, wir verliegen die Türen. Dann sind wir soweit. Dann würde ich sagen, los geht's. Nächstes Ziel, Offenbach. Wunderschön, wunderschön. So, wir wollen bei uns. Los, los. Siva, Siva. Also, ich finde, das ist ein ganz anderer Sound zu dem Originalen. Also, der Original ging ja gar nicht. Aber der hier, der hat wirklich... Der gefällt mir sehr. So, wir haben aber noch eine Beeinflussung. Das heißt, wir bleiben vorerst bei 40. So, dann können wir freien. Können wir auch aufschalten auf 60. Wunderschön, wunderschön. So, dann können wir auch auf 60. Wie geht's. Mega geil. Mega geil. Mega geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz anderer Song zum Original, muss man wirklich sagen. Link bekommt ihr natürlich in die Videobeschreibung logischerweise. Und 3er. Und 160. Mal gucken, wie das gleich ist. Der bremst, wie sich das anhört. 6.11 Uhr dann in Hanau. 6.16 Uhr in Frankfurt am Main Süd. Und um 6.23 Uhr dann Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wie gesagt, eine kurze Fahrt, um euch einfach den Mod vorzustellen. Wunderschön. 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 Dann 그렇죠! Wunderschön. Jetzt schauen. 150, 110 Sieger, Sieger Gehen wir lieber auf Nummer sicher Sieger, Sieger Die Bremsen hören sich auch komplett anders an Sieger, Sieger So wir sind ja überpünktlich Da brauchen wir gar nicht so eilig zu bremsen hier Beziehungsweise können wir ein bisschen stärker bremsen Wir sind hier komplett überpünktlich Über eine Minute zu früh Aber besser als zu spät So wir kommen in Offenbach Ach seht mal Flieger Sieger 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 So Damit wären wir in Offenbach Mit unserem RE55 Der in diesem frühen Morgen Wie ihr seht Noch nicht allzu gut Besucht ist Relativ viele leere Plätze Wie wir es dazu komplett leeren Bis auf ein paar vereinzelte Da sitzt einer Aber viel ist jetzt hier noch nicht so Da sitzt jemand Wir haben im hinteren Teil sitzen Ein paar mehr Vergesser Also vorn ist nicht so viel Ja gut, jetzt ist sie auch noch früh So, nächster Halt Frankfurt am Main Süd Abonniert Es geht jetzt Ta Da ist Die Schüsse Die Überrasch Da Da Z Da Das Hintergrund geht die Sonne so langsam auf, einfach traumhaft. Und die Flieger im Hintergrund, einfach wunderschön. So 6.16 Uhr soll man da in Frankfurt am Süd sein, ich denke das soll man es schaffen, drei Kilometer. So 6.16 Uhr soll man da in Frankfurt am Süd. So 6.17 Uhr soll man da in Frankfurt am Süd. Siva! Siva! Ankunft Frankfurt am Main Süd! Da war gerade ein anderer RE, der da die Türen geschlossen hat. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Siva! 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 Türelfreigabe! 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 Schokolade! Türelfreigabe! 22! Geld entnehmen! Schoki entnehmen! Dann können wir auch gleich weitermachen! So, einmal hier auf den Bahnsteig schauen. Die Türen verriegeln und da kommt der Gegenzug, der ist der Eskort. So, dann würde ich sagen, los geht's, enthalt, folgt. So, guck mal, ICE. Herzlich willkommen im RE55 auf der Fahrt von Hanau nach Frankfurt. Nächster Halt dieses Zuges Frankfurt am Main Hauptbahnhof. So, GTA 4. Freunde, ich habe frei, tiefe dreh dreh dreh, sondern jetzt bin ich sicher jetzt auch hier in einem 시간. Es gab hier le seite, die tenir die SUV und also hier in den perceptions der Konsequenz sah. sehr sehr schön so 80 zu erwarten und dann fahren wir gleich in den Frankfurter Hauptbahnhof ein, sehr sehr schön Siva, Siva hier gleich die obligatorische Brücke da ist sie schon ach sehr schön, schaut euch das bitte mal an Siva, Siva Ist das nicht geil? Oh, wir sind zu schnell so 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 Ach, schaut euch das an. Die Frankfurter Skyline im Sonnenaufgang, ist das nicht göttlich? So, willkommen in Frankfurt am Main Hauptbahnhof Bahnsteig 4. Hier. Schnellfreigabe. Zugbeeinflussung. Schnellfreigabe. 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 So, dann öffnen wir links die Türen. Und dann hätten wir das soweit geschafft. Wunderschön. Das war unsere kleine Fahrt mit dem RE55 von Hanau nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Mit dem Sound-Mod für die BR146 für die Strecke Kinzig-Teilbahn. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mod auch auf anderen Strecken funktioniert. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Das stand jetzt nicht in der Mod-Beschreibung. Probiert es einfach aus. Ich habe jetzt die Kinzig-Teilbahn genommen und das funktioniert wunderbar, wie ihr gemerkt habt. Und wir verriegeln jetzt hier noch die Türen und dann beendet sich das Szenario hier an dieser Stelle. Genau. 32 Punkte haben wir Abzug wegen der kurzen Geschwindigkeitsüberschreitung. Das macht jetzt aber auch nicht so viel, weil wir nämlich trotzdem Platin erhalten haben. Wir waren überall relativ pünktlich. Wie ihr seht, haben wir die Zeiten komplett eingehalten. Genau. Wir haben jetzt Level 171 erreicht. Das ist auch mal schön. Genau. Das war es mit der Vorstellung des Sound-Mods für die BR146. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer Dänisch-Spieler Sound-Reit. Ciao. Servus. Und tschüss.